Hallo, ich bin Silke Kitzmann von Lebe lieber leicht und frei und möchte dir heute etwas über die lemurischen Heilzeichen und ihre Entstehung erzählen. Dazu lese ich aus dem aktuellen Blogartikel Was sind lemurische Heilzeichen? Die lemurischen Heilzeichen, abgekürzt LHZs, sind sehr hochschwingende, effektive Energiegeschenke, mit denen du ohne Vorkenntnisse in energetischer Arbeit nachhaltig transformativ arbeiten kannst, und zwar ganz unabhängig und eigenständig, ohne Coach. Mit Kenntnissen in Energiearbeit hast du noch einige Möglichkeiten mehr. Du kannst sie ganz gezielt für bestimmte Bereiche einsetzen und energetisch in noch tiefere Schichten vordringen. Was sind das also für Zeichen? Wo kommen sie her? Ich nehme dich jetzt mit auf eine Reise, auf die Reise, wie ich zu den lemurischen Heilzeichen fand. Um dich mit auf die Reise zu nehmen, muss ich ein klein wenig ausholen. Die Weichen für die lemurischen Heilzeichen wurden im Sommer 2015 gelegt, während einer wunderschönen, sehr intensiven Seminarreise zum Thema Atlantis auf Santorin in Griechenland. In verschiedenen Übungen und Meditationen verbanden wir uns mit Atlantis und brachten alte energetische Verletzungen wieder in die Heilung. Ich erinnere mich vor allem an eine tiefgreifende Meditation zur Rückverbindung mit unseren atlantischen Fähigkeiten und Gaben. Dort erhielt ich verschiedene Werkzeuge und sah mich konzentriert Linien zeichnen, die ähnlich wie Schaltkreise aussahen. Dies erwies sich im Nachhinein als der allererste Schritt in Richtung der lemurischen Heilzeichen. Möchtest du wissen, wie es weiterging? Linearien entstanden Zurück in meinem Zimmer fragte ich mich, was das nun zu bedeuten hatte. Ich nahm einen Kuli, setzte ihn auf meinen Block und wartete ab. Während ich einfach nur den Stift hielt, begann er sich zu bewegen. Ich folgte seiner Führung und stellte verblüfft fest, dass ich ein Kritzelbild quasi von selbst zeichnete. Ganz plötzlich hatte ich eine Stiftführung aus der geistigen Welt erhalten, ähnlich dem meditativen Schreiben. Gleichzeitig spürte ich eine intensive energetische Bearbeitung. Es kribbelte überall und ich musste fürchterlich husten. Dazu möchte ich sagen, dass ich wirklich sehr fühlmedial bin und dadurch immer direkt merke, wenn sich Energien wandeln und verändern. Nun bot sich meine verblüffte Zimmernachbarin als Versuchskaninchen an. Auch sie spürte die Zeichnung deutlich. Erste Heilbilder entstanden mit und für andere Seminarteilnehmer. Ich bat um Hilfe und Transformation für ein bestimmtes Thema und setzte den Stift an. Er lief los und zeichnete Schaltpläne. Was geschah hier energetisch? Es fühlte sich an, als würde der Stift wie ein Lichtlaser unsichtbaren Bändern und Verbindungen folgen. Mit jedem Strich geschah Transformation. Diese Arbeitsweise fand ich sehr spannend. Im letzten Jahr setzte ich sie immer mal wieder für Coaching-Klienten ein und integrierte sie erfolgreich in ein Seminar. Später erhielt ich für diese Heilbilder sogar einen Namen. Es wurden die Linearien, was sich für mich ausgesprochen stimmig anfühlt. Nach einer Weile verfolgte ich das Zeichnen von Linearien nicht weiter. Ich hatte meine persönliche energetische Methode bereits gefunden, die ich heute noch nutze und sehr liebe, weil sie so einfach und nachhaltig ist. So ruhte das Linearien-Zeichnen eine ganze Weile lang und geriet bei mir in Vergessenheit. Anfang 2015 begann ich eine Ausbildung im hawaiianischen Huna. Mir war nicht ganz klar, warum ich im Seminar war, denn ich fühlte mich bisher von Hawaii nicht sonderlich angezogen, wohl aber vom Huna. Ich erfuhr, dass Hawaii spirituell eng mit Atlantis, Lemurien und den Plejaden verbunden ist. Diese Namen klangen in mir nach. Kurz darauf erhielt ich den Impuls, doch wieder einmal zu zeichnen. Die Coaching-Arbeit stagnierte. Klienten blieben aus. Dafür lachte mich der Stift an. Ich hatte spontan große Lust und ja, auch Zeit zum Zeichnen. Ich folgte meiner Eingebung, verband mich mit meiner Höherführung und bat, um ein heilendes Symbol zum Thema Selbstsabotageprogramme lösen. Ich hatte nämlich den starken Verdacht, dass die berufliche Stagnation an einer inneren Blockade liegen könnte. Und was geschah? Prompt lief der Stift wieder eigenständig über das Papier und ein interessantes Kritzelzeichen entstand. Es war der Anfang einer ganzen Reihe von Zeichen und Symbolen, manche dekorativ, andere weniger. Ich zeichnete, testete und spürte bei jedem Zeichen einen sofort einsetzenden Energielauf. Aufgeregt bat ich meine medialen Freundinnen um ihre Meinung. Über das Telefon bestätigten sie mir die Intensität und Wirkung der Symbole, wie ich sie zu dieser Zeit noch nannte. Irgendwann kam der Punkt, an dem ich gerne wissen wollte, wo diese Zeichen denn eigentlich herkamen. Wer schenkte sie mir? Ich gab diese Frage an meine Spirits weiter und erhielt die Antwort Lemurien. Und dann? Dann meldete sich umgehend mein innerer Kritiker. Aber klar Lemurien, oder? Es klang einfach zu prätentiös. Abgesehen davon, dass ich mich mit den Plejaden Lemurien und mit Atlantis verbunden fühle und weiß, dass es zwischen diesen spirituellen Wurzeln eine Verbindung gibt, hatte ich bisher mit Lemurien wenig bis gar nichts zu tun. Ich wandte mich an eine andere Kollegin und bat sie, diese Information neutral für mich zu überprüfen. Etwas verwundert bestätigte sie mir die Botschaft. Es war auch bei ihr, Lemurien. So erhielten die Lineaturen also den Namen Lemurische Heilzeichen, kurz LHZ. Später, in 2016, gönnte ich mir eine Sitzung bei einem recht bekannten Medium. Unter anderem erklärte sie mir, ich trüge altes lemurisches Wissen in mir und hätte dort noch ein wenig Potenzial. Was haben wir gelacht, als ich ihr meine Lemurischen Heilzeichen zeigte, die ich dabei hatte? Der Name stand inzwischen auf den Blättern, denn inzwischen erschien er mir passend. Die Frau verband sich blind mit der Energie einer Karte und konnte das Kartenthema direkt auslesen, ohne dass sie es vorher wusste. Dies war eine weitere schöne Rückversicherung meiner eigenen Wahrnehmung. Tests und Bestätigungen Hochmotiviert spielte ich im letzten Jahr immer wieder mit den Kritzelzeichnungen, die sich als wunderbar intensive energetische Werkzeuge erwiesen. Ich legte mir zum Beispiel gleich mehrere LHZs unter das Bett, damit sie in der Nacht für mich arbeiten konnten. Das Resultat waren Nächte, in denen ich extrem unruhig träumte, wenn ich überhaupt einschlief. Das führte umgehend zur Erkenntnis Nummer 1. Es gibt ein zu viel. Ich baute die Zeichen in sämtliche Coachings ein, platzierte die Person während der telefonischen Heilsitzung als Stellvertreterpüppchen auf den Zeichen. Sie spürten den Energielauf sofort. Erkenntnis Nummer 2 Sie wirken problemlos über die Ferne. In meiner Praxis und vor Seminaren nutze ich die Lineaturen Fremdenergien ausleiten und Energiefeld von eigenem Ballast reinigen, um die Teilnehmer erst einmal energetisch zu duschen. So waren sie von einem Großteil der eigenen und fremden Blockaden befreit, bevor wir in das eigentliche Thema oder eben in das Seminar einstiegen. Und alle fühlten die Bearbeitung. Sie begannen auf den Zeichen hin und her zu schwanken. Sie fühlten sich verwurzelt und verankert. Sie fühlten sich irgendwie leichter. Erkenntnis Nummer 3 Die Zeichen wirken in der Aura Auch meine Familie blieb von meinem Enthusiasmus nicht verschont. Als mein Sohn eines Tages fix und fertig aus der Schule kam, bat ich ihn, sich die Karte stresslos lassen auf den Bauch zu legen. Er fing an, leicht zu zucken und spürte deutlich eine Veränderung im Befinden. Erkenntnis Nummer 4 Sie wirken auch für Kinder Meine Mutter hatte im Sommer wegen einer schweren Krankheit in der Familie eine sehr herausfordernde Zeit. Während wir telefonierten, bat ich, für sie arbeiten zu dürfen. Ich legte einen Zettel mit ihrem Namen auf die Lineatur innerer Frieden. Sie begann, so gleich zu gähnen, entspannte sich und wurde müde. Wir brachen das Gespräch dann ab, weil sie sich ausruhen wollte. Erkenntnis Nummer 5 Sie wirken auch für Menschen ohne spirituelle Vorerfahrung Im letzten Jahr leitete ich eine Art spirituellen Stammtisch. Ich nutze die Gelegenheit und stellte den Anwesenden einige der Heilzeichen vor. Sie spürten die Energie ebenfalls. Eine NLP-erfahrene Teilnehmerin bestätigte mir die Stimmigkeit der Linienführung des LHZ, Energiefeld von eigenem Ballastreinigen, aus NLP-Sicht. Mit dieser Lineatur war ich bis dahin nicht ganz im Reinen, weil mir die Zeichnung doch sehr schlicht vorkam. Hallo, Ego! Speziell dieses Zeichen hat seine Wirksamkeit inzwischen unzählige Male bewiesen. Erkenntnis Nummer 6 Egal, wie kunstvoll die Lineatur ausschaut, sie trägt eine Schwingung. Der gute Schluss So begleiteten mich die Zeichen das ganze letzte Jahr hindurch. Mal legte ich sie zur Seite, mal setzte ich sie intensiv ein. Nur ins Außen gab ich sie noch nicht. Eine ganze Weile lang hatte ich den Wunsch, sie als Kartendeck zu veröffentlichen. Ich unternahm ein paar Schritte in diese Richtung und kam wieder davon ab. Fazit Wenn sich einzelne Zeichen auch gut kombinieren lassen, so ist schlussendlich jedes LHZ ein eigenes, individuelles Lichtwerkzeug. Ein Arbeitsmittel, das für sich alleine steht. Nicht jeder Mensch benötigt jedes Zeichen. Ein neuer Gedanke kam auf. Ein eigener Shop, in dem man die Zeichen separat erwerben kann. Am besten für kleines Geld, sodass wirklich jeder sich zumindest ein LHZ leisten kann. Ich nutze die freie Zeit zwischen den Jahren zum Einrichten des Webshops und freue mich gerade sehr über das tolle Ergebnis. Dafür geht ein ganz dickes Dankeschön an meinen Mann, der mir zahlreiche Stunden seiner Freizeit geschenkt hat. Ohne ihn wäre mir das nicht möglich gewesen. Und was bedeutet das jetzt für dich? Nun, wenn du gerade energetische Hilfsmittel suchst und dich die limerischen Heilzeichen ansprechen, dann hast du ab sofort die Möglichkeit, dir genau die Zeichen herunterzuladen, die für dich gerade wichtig sind. Die Arbeit mit den Zeichen ersetzt meiner Meinung nach kein individuelles Themencoaching. Dafür sind sie aber sehr günstig zu bekommen und toll für die Eigenarbeit geeignet. Im Laufe des Jahres habe ich die Sammlung der Zeichen immer wieder um wichtige Themen ergänzt. Ich entnahm sie meinen eigenen Bedürfnissen und denen meiner Klienten. Den zahlreichen Aufrufen des Blogartikels »So schützt du dich vor Fremdenergien« und den vielen E-Mails mit der Bitte um Unterstützung zufolge fühlen sich sehr viele Menschen belastet und regelmäßig ihre Energie beraubt. Speziell für diese Menschen entstanden die vier Schutzzeichen als gute Unterstützung im Alltag. In den nächsten Wochen werde ich weitere LHZs zu wichtigen Themen der Bewusstseinsarbeit in den Shop einstellen. Dazu erhält man immer auch eine PDF mit Arbeitstipps. Alle Zeichen können von Menschen ohne Vorerfahrung mit Energiearbeit genutzt werden. Für Menschen mit Erfahrung in Energiearbeit können diese Zeichen durch absichtsvolle Anwendung gezielt zu den relevanten Stellen geführt ein tiefgreifendes Tool zur transformativen Eigenarbeit darstellen. Auch bei der Eigenarbeit gilt natürlich der achtsame Umgang. Die Nutzung der lemurischen Heilzeichen ist immer eigenverantwortlich. Beobachte, was dir gut tut. Viel Einsatz kann auch zu viel sein. Energetische Arbeit kann immer auch zu einer zeitweiligen Erstverschlimmerung führen, wenn das Körper-Geist-System in die Reinigung geht. Energetische Reinigung kann sich leicht und gut anfühlen, aber genauso gut erst einmal kurz stechen, zwicken oder drücken. Beides zeigt, dass Transformationsprozesse im Gang sind. Zu deinem Wohl. Das war heute einmal ein Artikel in völlig eigener Sache, wie ich hoffe aber dennoch mit einer Menge Mehrwert für dich. Wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe und dich die lemurischen Heilzeichen ansprechen, dann besuch sie einfach im Shop. Mein Tipp, teste eins für dich aus. Wenn du die Wirkung spürst, dann magst du vielleicht nachrüsten. Es wird in der nächsten Zeit noch zahlreiche weitere spannende Lineaturen geben. Online-Test-Sessions. Melde dich an. In den nächsten Wochen werde ich kostenfreie Online-Test-Sessions zu einzelnen Zeichen anbieten. Meine Newsletter-Empfänger werden dazu persönlich eingeladen. Wenn du bei mir aber noch nicht registriert bist und trotzdem gerne dabei wärst, dann schick mir eine kurze E-Mail und ich schreibe dich an. Inzwischen gibt es sogar zwei aufgezeichnete Schnupper-Sessions in Form eines YouTube-Videos. Du kannst also auf YouTube die LHZs, Erdung, Smoothness sowie Fremdenergien ausleiten, als Fernübertragung inhaltlich und energetisch kennenlernen. Ich danke dir fürs Dabeisein. Ich hoffe, der Artikel hat dir gefallen und du bist vielleicht neugierig geworden auf die lemurischen Heilzeichen. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute für deinen Weg. Om Shala. Ja. maybe das